In dreieinhalb Sekunden von 0 auf 100. Ein Geschwindigkeitsrausch, den schon die Kids in den 50er Jahren zelebrierten. Junge Amerikaner bastelten sich damals aus alten, billigen Autos schnelle Flitzer und fuhren damit verbotene Rennen. Heute sind die Rennen, die mittlerweile in ganz Europa stattfinden, offiziell angemeldet. Doch die Szene hat sich einen rauen Charme bewahrt, dem auch der Fotograf David Biene erliegen ist. Was mich fasziniert, ist einfach diese echte Leidenschaft. Und einerseits für die Autos, andererseits für die Musik, aber eigentlich bei allen für dieses ganze 50er Jahre Ding. Und das ist halt nicht irgendwie irgendein Plastikding, sondern da geht es halt wirklich um Schweiß und dreckige Hände und natürlich Feiern und so. Das ist einfach irgendwie, ja ich finde intensiv und echt. Seit vier Jahren reist er quer durch Europa von einem Rennen zum nächsten. Manchmal sogar bis in die Garagen und Wohnzimmer der wachsenden Hotwood-Gemeinde. Dort ringt er ein, um das Lebensgefühl der Szene einzufangen. Das ist einfach, wir brauchen hier dieaver an der Rennen. Bis zum nächsten Mal.